so meine liebe community ich hätte nie gedacht dass ich sowas irgendwann mal sagen werde merkt euch bitte dieses gesicht vielleicht werdet ihr es nie wieder auf bosocker youtube sehen ja ja freunde ich bin leider gezwungen es läuft gar nichts bei mir was ist da los wie macht man das aus ich bin leider gezwungen mit meinem kanal aufzugehen das heißt ich werde eine zeitlang keine livestreams oder nein läuft gar nichts ja seg mich auf man was ist da los hä wo sind ich hab doch zwölf gang getrieben drin hier ja bin gezwungen leute für eine unbestimmte zeit aufzugehen das heißt keine livestreams keine videos ich möchte mich hier am kreisverkehr die erste ausfahrend in diesem video entschuldigen dafür jetzt abfahren es lässt sich leider nicht vermeiden freunde ob ich wieder zurück kommen werde und wann das weiß ich nicht steht in den sternen geschrieben ich habe mir gedacht ich habe mir gedacht ich fahre mal diesen alten scania habt ihr schon mal gesehen am kreisverkehr die dritte ausfahrende vielleicht zum letzten mal jetzt abfahren jetzt abfahren hier in grand utopia eine 1 zu 1 karte wir haben noch 14 kilometer das sind 18 minuten ich kann euch auch nicht erklären wieso ich das machen muss es ist halt so ich kann es auch nicht ändern es tut mir auch ein bisschen weh es tut mir auch ein bisschen weh es tut mir auch ein bisschen weh ja was soll ich sagen ich wünsche euch aber am kreisverkehr die zweite ausfahrende trotzdem alles gute viel gesundheit jetzt abfahren habt spass am leben ich habe ja über 700 videos für euch als erinnerung hinterlassen jetzt abfahren habt ihr genug zu schauen ups was ist da los so ohne zu schauen es war nicht klug von mir das heisst hier grand utopia ich werde diesen kreisverkehr leider nicht erreichen wo ich testen wollte wo ich testen wollte ob mein spiel auch auf dieser version abstürzt da gibt es oben rechts so ein kreisverkehr irgendwo hier wo es so große fußbälle gibt naja da kann man nichts ändern dann schade schade ich weiss nicht ich weiss gar nicht was ich noch sagen soll ja am besten sag ich gar nichts mehr es fällt mir schwer noch was zu sagen also ich wünsche euch alles gute danke für euren support für die letzten dreieinhalb jahren danke für die hunderttausend aufrufe ich wünsche euch alles gute wünsche euch alles gute wünsche euch ein schönes leben und seid mir bitte nicht böse es ist nicht gewollt von mir also geniesst noch die letzten zehn kilometer ich kann nicht mehr ich muss jetzt raus aus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020